Wir sind heute hier zusammengekommen, das nehme ich zumindest an, um uns selbst besser kennenzulernen. Es ist immer einfacher, sich kennenzulernen, wenn man eine Frage hat, wenn man einen Punkt hat, von dem aus man schaut. Und so abstrakt, jetzt muss ich mich selber kennenlernen, erkenne dich selbst, das ist immer ein bisschen schwer. Und so stelle ich jedes Seminar und jeden Vortrag unter eine Fragestellung und dieses Mal ist das Thema Arbeit. Jetzt aber noch ein Wort zum Ablauf des Abends. Ich glaube, die Kommunikation ist besser, wenn wir Augenkontakt haben. Das heißt, vielleicht können die, die hinter dem großen aufrechten Rücken von anderen sitzen, sich ein bisschen verschieben, wenn sie das möchten. Es ist meistens hilfreicher. Schon okay. Es ist nicht unbedingt notwendig, aber es kann hilfreich sein. Und da vorne sind jetzt noch drei Plätze frei. Also wer aus den Logenplätzen noch nach vorne kommen möchte, Selsterkenntnis hat nämlich viel damit zu tun, mit der Fähigkeit zur Kommunikation. Mein Lehrer, ein tibetischer Lama, Lama Tukenyesha, hat immer gesagt, dass wir lernen müssen, mit uns selbst zu kommunizieren. Dann können wir auch mit anderen kommunizieren. Und das heißt auch, wenn wir uns selber kennenlernen, dann können wir auch zu anderen Beziehungen aufnehmen, wo wir uns gegenseitig helfen können beim Wachsen. Das ist eigentlich der Sinn von Beziehungen. Ja, Thema Arbeit. Ich habe schon in der Überschrift des Seminars zwei Pole genannt. Selbstausdruck oder Stress? Also die Frage an Sie alle hier, wie arbeiten Sie? Was bedeutet Arbeit für Sie? Was nennen Sie Arbeit? Was von dem, was Sie täglich tun? Mit Worten, aber auch mit dem Körper, ist für Sie Arbeit. Und was von dieser Arbeit ist Arbeit? Ja, so. Mich ausdrücken, oder was ist Arbeit? Last, Druck, Stress, Anspruch, Pflicht. In der buddhistischen Tradition gibt es ein paar ganz traditionelle Lehren zu diesem Thema, die mich seit Jahren sehr inspirieren. Und ich möchte etwas von dieser Inspiration mit Ihnen teilen heute. Das Problem ist also schon etwas älter, als wir heute vielleicht denken. Nicht nur wir haben Probleme mit Arbeiten, mit Stress. Wobei wir vielleicht ein bisschen mehr Probleme haben, als die alten. Aber das Problem ist bekannt. Seit zweieinhalbtausend Jahren wird es in der buddhistischen Tradition formuliert. Und auch sicher ist es da nicht vom Himmel gefallen. Sondern war auch zu der Zeit schon bekannt. Ich möchte zwei Begriffe herausnehmen. Das eine ist freudige Begeisterung. Von westlichen Interpreten oft als Anstrengung übersetzt. Als Bemühen. Effort im Englischen. Virya im Sanskrit. Mein Lehrer hat immer gesagt, freudige Begeisterung. Freude am Tun. Und das andere ist ein bei uns auch sehr bekanntes Wort. In Deutschland hat es einen schlechten Ruf. Faulheit. Wenn ich die beiden Begriffe herausnehme. Denn das sind die beiden Pole. Bei den Menschen, die sehr viel arbeiten. Aktiv sind. Ihre Energie ausdrücken. Aber häufig mit etwas Stress ausdrücken. Dann arbeiten wir sehr viel. Sind sehr effektiv. Sehr dynamisch. Und acht Stunden später oder sechs oder vier oder drei Wochen später brechen wir zusammen und sind müde. Von daher kennen wir eigentlich nur den Wechsel zwischen angespannter Wachheit. und Träger Entspanntheit. Entweder wir sind wach und verspannt. Oder wir sind entspannt und träge. Und wollen eigentlich nichts zu tun haben mit der Welt und bleiben wir vom Leib und eigentlich auch nicht nachdenken müssen. Jetzt hat es am besten irgendeinen Film oder einen netten Roman oder ein nettes Gespräch. Aber bitte nichts, was anstrengt. Keine anstrengenden Leute. Keine anstrengenden Pflichten. Und viele von uns schwanken zwischen diesen beiden Polen. Dynamische Aktivität, Pflicht und entspannte Trägheit. Die meditativen Traditionen, und so habe ich das in der buddhistischen Tradition gelernt, stellen die Arbeitshypothese auf, es geht doch anders. Es ist möglich, wach zu sein und gleichzeitig völlig entspannt, völlig ohne Angst, ohne Druck, ohne Erwartung auf Ergebnisse. Und Meditation, sowohl in der Variante der Einsichtsmeditation, wo wir versuchen, etwas zu sehen, als auch in der Variante der konzentrativen Übung, wo wir versuchen, unsere Energie zu bündeln, unsere Aufmerksamkeit zu bündeln auf einen Punkt. Beide Arten von Meditation sind Hilfsmittel, sind Methoden, die uns helfen, uns diesen Zustand anzunähern, wo wir wach sind, blitzhell, clean clear, wie mein Lehrer immer sagte, glasklar wach und gleichzeitig ohne Angst. Es ist nun leider so, dass wir die Gewohnheit verspannt und wach, so, pseudo wach und entspannt und träge zu sein, natürlich nicht abstellen, sobald wir uns aufs Kissen setzen oder entspannt hinstehen oder uns vielleicht entspannt hinlegen und ein Auto geht ins Training machen. Wir bringen diese Gewohnheit, diese Gewohnheiten natürlich mit. Und so ist auch die Meditationspraxis gekennzeichnet von diesen beiden Extremen. Und manchmal habe ich den Eindruck, bestimmte Schulen zeigen auch diese beiden Extreme in der einen oder anderen Weise und sprechen damit auch Menschen an, die eher dem einen Extrem anhängen oder dem anderen. Manchmal kompensatorisch, manchmal in der Entsprechung. Also ich habe in meinen Jahren der Meditation viele Traditionen kennengelernt und die einen betonen die Entspannung sehr und da wird dann bei der Meditation gewackelt und gekratzt und so. Und dann gibt es Traditionen, wenn man da einmal ganz geräuschlos die Nase trocken kützt, und man einen Blick erntet, der sagt, irgendwas ist jetzt nicht richtig. Es scheint also, dass wir alle... Ja, ich stammes durch die betische Tradition, ich habe diese Tradition mitbekommen, ja. Wo man reinkam in den Meditationsraum und erst mal, ich als Deutscher, dachte, hier müsste erst mal jemand durchgehen, aufbauen. Und dann kam ich in einen anderen Meditationsraum und dachte, hier müsste erst mal jemand rein und ein bisschen gut abnehmen. Wie denn auch sei, ich denke, Sie sehen das Problem. Wir haben Trägheit und Entspannung und wir kennen Wachheit und Verspannung. Und der meditative Weg wird uns dabei unterstützen, einen Zustand zu erreichen, wo wir wach sind, aufmerksam, wach, lebendig und gleichzeitig ohne Angst, ohne Verspannung. Entspannung. Ja, und da gibt es offensichtlich ein paar Hindernisse auf diesem Weg. Und es gibt viele Weisen, die Hindernisse zu beschreiben. Ich habe mir auch für den heutigen Abend unser Verhältnis zur Arbeit ausgesucht, weil es, glaube ich, für uns Deutsche ganz besonders interessant ist und aufschlussreich. Und ich finde es auch sehr interessant, dass die buddhistische Tradition eine Menge zu sagen hat. Also nochmal die beiden Begriffe. Freudige Begeisterung. Manchmal etwas moralischer formuliert, Freude am heilsamen, am heilsamen Tun. Das ist etwas, was wir sicher alle kennen von, manche nennen es Sternstunden, von Momenten, wo die Welt in Ordnung ist, von Momenten, wo wir im Einklang mit uns sind, wo dieses ständige Innere mit sich im Streitliegen plötzlich aufhört, wo nicht hier ein Anspruch ist und da mein Tun. Jedes Ziel und hier bin ich am Anfang. Sondern wo wir da sind. Mit allen Sinnen, mit aller Aufmerksamkeit, ohne etwas zu erwarten, ohne vor etwas Angst zu haben. Wo wir Energie haben und tun. Wir kennen sicher auch Momente, wo wir still sind und alles ist in Ordnung. Aber ich möchte jetzt vor allen Dingen über diesen Zustand sprechen, wo wir tätig sind, wo wir Freude an etwas haben und keine Angst, keinen Druck verschwören. Viele kennen das von ihren Hobbys. Viele kennen das beispielsweise von der Gartenarbeit, vom Joggen, vom Wandern, Spazierengehen, vom Schwimmen, vom Tanzen. Es gibt viele Möglichkeiten und es zeigt uns wieder, alle haben ihre Erfahrungen dazu, dass es nicht eine bestimmte Tätigkeit gibt, die der Schlüssel ist, was wir ja oft denken, in unserem materialistischen, mechanischen Denken. Es muss doch irgendeine Methode geben, die die richtige ist, die wirkliche. Die funktioniert, wenn wir sie anwenden. Es gibt viele Schlüssel, es gibt viele Wege und die Haltung ist der Punkt. Also wichtig ist, dass wir zuerst mal assoziieren, erinnern, Momente, wo wir diese Freude am Tun gespürt haben in unserem Leben. Wo wir ganz bei der Sache waren. Schön wie die Sprache, das Ausdruck. Wir waren dabei. Wir waren nicht hier, Subjekt, Prädikat, Objekt. Ich mähe das Gras. Hier bin ich und da ist das Gras. Und dann passiert zwischen uns etwas, das Mähen. Ich meine, das ist ein Problem, dass wir eine Sprache haben, die diese Trennung so zementiert. Und deswegen sprechen alle Traditionen oder singen alle Traditionen Loblieder auf das Schweigen. Weil wenn man mal aufhört, dauernd zu reden, geht uns vielleicht auf, was die Sprache ständig mit uns macht. Mein Lehrer hat immer gesagt, Reden ist die effektivste Methode, dualistisches Denken zu zementieren. Dieses Trennen, hier bin ich und da ist die Welt. Das kann man am besten mit Reden zementieren. Also, wenn ihr das wollt, redet unablässig. Lest, sprecht, nutzt die Wörter unablässig, dann bleibt ihr schön drin in eurer Welt. Deswegen reden wir auch innerlich unablässig. Und deswegen finden wir es auch so schrecklich, wenn wir uns hinsetzen müssen im Anfang. Selbst wenn wir guten Willens sind. Und zu ertragen, was da abgeht. Und dann, selbst wenn der Körper mal ruhig ist, in der Mund mal geschlossen bleibt für 20 Minuten, halbe Stunde, 40 Minuten. Innen drin rattert es und redet und trennt ständig in Ich und die Welt. Und etwas, was dazwischen passiert. Ja, wir kennen alle Momente, wo das nicht so war. Alle. Und das ist der Beweis für Buddha-Natur. Ob wir das in der Stimme erfahren haben oder in der Bewegung. Meistens haben wir es in beiden Zuständen erfahren. Das ist der Beweis für Buddha-Natur. Der Beweis dafür, dass wir alle die Kraft in uns tragen, lebendig zu sein. Da zu sein, mit allen Sinnen, mit dem Herzen, mit dem Verstand. Da zu sein, wach zu sein, ohne Angst. Und ich denke, dabei sollten wir auch ansetzen, bei dieser Erfahrung, die wir alle haben. Und jetzt schauen, wie wir Bedingungen schaffen können, die uns diese Erfahrungen häufiger erlauben. Und dazu ist es sehr hilfreich, zu gucken, welche Bedingungen bei solchen Erfahrungen entstehen. Ist es die Ruhe? Ist es die Natur? Ist es das Alleinsein? Das Zusammensein mit anderen. Das gemeinsame Üben mit anderen. Und ich finde es sehr hilfreich, neben diesen stillen Übungen zusammen auch zu gucken, bei welchen Tätigkeiten, in welchem Tun habe ich Zugang zu diesem wachen Sein, ohne Angst. Denn den größten Teil des Tages sind wir in Bewegung und nicht auf dem Meditationskissen. Selbst wenn wir Retriebe machen, selbst wenn wir eine Meditationsklausur machen, wenn man genau zählt und zehn Stunden auf dem Kissen sitzt, was schon ziemlich anstrengend ist, dann sind es immer noch nicht mal die Hälfte der Stunden, die ein Tag hat. Das heißt, wir tun gut daran zu gucken, wann wir in Bewegung lebendig sind, wann wir in Bewegung Zugang haben zu dieser freudigen Begeisterung, zu dieser inspirierten Tätigkeit, dem inspirierten Tun, dem begeisterten Tun. Wie kommen wir dahin? Im Prinzip schlägt der Buddhismus immer zwei Wege vor, die wir beide praktizieren. Wir gucken uns zum einen an, was uns daran hindert, und wir schauen, wo wir das schon erleben und wie wir es fördern können. Also wie wir die Hindernisse erkennen und auflösen können und wie wir Fähigkeiten, die wir alle haben, punktuell, momentan, wie wir die entfalten können. Und das ist eigentlich das, was in der Tradition mit Buddha bezeichnet wird. Ein Wesen, was alle Probleme überwindet, beziehungsweise überwunden hat und alle Fähigkeiten entfaltet hat. Oder etwas moderner formuliert, ein Wesen, was mit allen Problemen umgehen kann, weil es Fähigkeiten entfaltet hat. Denn wer glaubt, Verleuchtung bedeutet, es gibt keine Probleme mehr in der äußeren Welt, ist schon mal in die erste Falle getappt. Samsara, der Kreislauf ständig sich wiederholender Probleme, wird nie fertig. Das ist ein wichtiger Punkt zu erinnern beim Thema des heutigen Abends. Ich komme noch darauf zurück. Es ist interessant, dass die Tradition die erste Stufe der Konzentration, die wir in der Meditation erlangen können, aber auch im Tun, Pitti nennt, was zum einen körperliches Entzücken bedeutet. Ich habe noch kein besseres Wort gefunden. Also körperliches Wohlbefinden. Zum anderen aber die zweite Bedeutung hat von Interesse. Zeigt schon den Weg. Wenn wir interessiert sind an etwas, dann sind wir auch in der Lage, uns zu konzentrieren, dabei zu bleiben. Zeigt auch schon den Weg, wo wir mit, oder wie wir zu freudiger Begeisterung kommen. Wie wir zu einem Tun kommen, was uns lebendig macht. Wir sollten einfach das tun, was uns interessiert. Eigentlich ist es ganz einfach. Aber vielleicht gucken wir uns, oder werfen wir jetzt mal einen Blick auf das, was uns hinhat. Freudige Begeisterung wäre ja eine der sechs Haltungen von Bodhisattvas. Das ist eine der sechs erleuchteten Qualitäten. Freude am Tun. Freude am heilsamen Tun. Was das bedeutet, das ist gleichdeutig. Was hindert uns daran? Die Lehren nennen da Faulheit. Und es gibt drei Arten von Faulheit, von denen ich bislang nur eine kannte, bevor ich diese Lehren hörte. Die anderen zwei waren mir neu. Sehr aufschlussreich. Die erste Art von Faulheit ist das, was wir alle kennen. Na, ich mache es lieber morgen. Ach, ich zahle die Rechnung lieber nächste Woche. Ach nein, ich habe heute keine Lust, Yoga zu machen. Ich schlafe heute aus und mache morgen dafür doppelt so viel. Und so weiter. Also das bekannte Aufschieben. Manjana-Prinzip. Das kennen wir alle. Das verstehen wir alle. Das erleben wir alle. Das praktizieren wir nämlich am Hande. Da sind wir alle ganz gut drin. Obwohl wir Deutsche sind. Wir haben alle unsere kleinen Handel. Na, da mache ich eben morgen doppelt so viel. Und dann sind wir noch müder. Und dann setzen wir wieder aus. Und so weiter. Das Zweite nennen sie kein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten haben. So deutsch, Minderwertigkeitsgefühl. Das kann ich sowieso nicht. Meditieren kann ich sowieso nicht. Ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Und Englisch lerne ich sowieso auch nie. Und Autos reparieren kann ich auch nicht. Und wenn der Hahn tropft, dann kriege ich eine Krise. Und so. Ich denke, wir kennen alle unsere Ecken, wo wir sagen, Abwaschen? Nee. Das kann ich nicht. Ich zitiere jetzt gerade. Schmutz, das sehe ich einfach nicht. Ich kann einfach nicht aufräumen oder Hemden bügeln. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Wie auch immer. Wir haben alle unsere Bereiche, wo wir einfach sagen, ich bin dazu nicht fähig. Ob wir das jetzt mutig sagen und arrogant, oder ob wir das jammerig und bedauernd sagen, das bedeutet, wir haben kein Vertrauen in unsere Fähigkeiten, mit allen Problemen und Aufgaben, die sich stellen, angemessen umzugehen. Was eine sehr moderne Formulierung von Buddhaschaft wäre. Ein Buddha hat das Vertrauen, mit jeder Situation umgehen zu können, das Beste daraus zu machen. Im Rahmen der Möglichkeiten. Nicht das Objektiv Beste zu jeder Zeit und an jedem Ort, universell gültig, sondern im Rahmen der Möglichkeiten der Beteiligten, Personen, im Rahmen der Situation, das Beste zu tun. Alle haben die Fähigkeit. Das ist die Arbeitshypothese des Buddhismus und wir müssen prüfen, ob die stimmt. Also es war die zweite Art von Faulheit, die uns daran hindert, freudige Begeisterung am Heilsamen zu haben. Und jetzt kommt die dritte Art von Faulheit. Das ist agieren aus Rastlosigkeit, aus innerer Unruhe. Manchmal der Tradition weltliches Tun genannt. Und wir sagen, ich handel nicht weltlich, ich habe eine spirituelle Motivation. Und schon ist es weg. Handeln aus Rastlosigkeit, aus innerer Unruhe. Das ist Faulheit. Ich fand diese Belehrung äußerst hilfreich, um meine zwanghafte Aktivität etwas zu reduzieren. Das war mir ein gutes Argument, diesem ständigen inneren Druck. Das Leben ist kurz. Du musst Dharma praktizieren. Du musst meditieren. Du musst studieren. Du musst deine Zeit nutzen. Du musst den anderen helfen, die Mariana natürlich. Du musst allen Wesen helfen. Du musst dich entwickeln, damit du nützlich bist für alle. Jawohl. Und dann mit einem großen inneren Druck rastlos durch die Gegend flippen. Ich war überglücklich, als ich Ende der 70er diese Belehrung hörte. Aber ich habe, glaube ich, noch mal 10, 12 Jahre gebraucht, bis ich dann bin, sie wirklich etwas ernsthafter umzusetzen. Dann ist es natürlich auch eine Frage der Wahrnehmung. Diese innere Rastlosigkeit zu spüren und die vielen, vielen Rationalisierungen zu entdecken, mit denen wir das absegnen, die auch von unserer ganzen Gesellschaft, und da schließe ich die buddhistische Gesellschaft, nicht aus, unterstützt wird, diese Erhaltung. Es ist sehr schwer, gerade in Deutschland, diese Art von Faulheit zu entdecken und diese Art von Faulheit aufzulösen. Weil es so sozial honoriert wird, weil es so unterstützt wird, weil alle um uns herum zumindest das Ideal haben, wenn sie es auch nicht alle machen. und dann kommt dieser Pol, dieser Gegenpol ins Spiel. Wenn wir nicht verspannt tätig sind, wach, aufmerksam, konzentriert und verspannt, dann sind wir so erschöpft, dass wir eigentlich auch nicht mehr wach sein wollen. Und dann wollen wir auch diese innere Unruhe nicht mehr spüren. Und dann kommt es natürlich die ganze Unterhaltungsindustrie zu Pass, die nur darauf ausgerichtet ist, diese innere Unruhe zu überdecken. Man muss halt Musik hören, Fernsehen gucken, Zeitung lesen, Bücher lesen, und so weiter. Sozial aktiv sein oder sonst was. Es ist sehr schwierig, mit dieser inneren Unruhe in Kontakt zu kommen und sich ihr zu stellen. Das ist, ich finde, eine der größten Herausforderungen auf dem spirituellen Weg, sich dieser inneren Rastlosigkeit zu stellen. Denn die ist natürlich nicht weg, durch guten Willen. Und die geht auch nicht weg, wenn man fünf Jahre meditiert, jeden Tag. Wenn wir sehr konzentriert, unter guter Anleitung, meditieren, und wie die Buddhisten immer sagen, genug karmische Neigung mitbringen, uns konzentrieren zu können, dann schaffen wir es vielleicht, dass wir für Meditationsphasen ein bisschen ruhiger werden. Aber kaum geht der Mund wieder auf, kaum macht die Außenwelt wieder Geräusche, reagieren wir wieder. Völlig zwanghaft. Zwanghaft soll ich nicht nehmen, sagen, sagt meine Freundin, die Psychologin ist immer, aber ich finde es zwanghaft. Also wir reagieren völlig zwanghaft, völlig konditioniert, eingefahren auf die äußeren Reize, auf Geräusche. Man merkt auch in der Meditation, wir sitzen hier, versuchen beim Atem zu bleiben, und da draußen kreischt eine Möwe. Hier machen wir ja, hier gibt es auch nie. Oder Tauben ist gut, eine Taube, gibt es in Großstädten ganz besonders viele. Sofort, geht die Aufmerksamkeit natürlich dahin. Nun, wir müssen halt da anfangen, wo wir sind. Und die ersten Schritte auf dem Weg zu wachem, angstfreiem Sein, steht darin, dass wir die Momente erkennen und sehr wertschätzen, wo wir mal entspannt da sind und wach sind, sei es im Tun oder im Ruhen, dass wir also diese Momente erkennen, kann man, da habe ich das in meiner, in der tibetischen Tradition gelernt, auch gedankliche Meditationen zu machen, dass wir uns in der Meditation, in der formellenden Sitzhaltung versuchen, an Momente zu erinnern, wo wir lebendig waren, wo wir wach und entspannt waren. Uns erinnern an solche Momente in der Stille, in der Ruhe, in der körperlichen Ruhe, aber auch in der Bewegung. Und dann ein bisschen schauen. Also erstmal so uns erinnern, dass wir ein Gefühl dafür wieder bekommen, dass wir das spüren. Dass wir auch spüren, wie man sich da körperlich und emotional fühlt in so einem Zustand. dass wir das spüren. Denn das gibt uns Vertrauen dazu, dass wir dazu in der Lage sind, dass das nicht ein Zustand ist, der in den Schriften, also etwas Großartiges, fern am Horizont beschrieben wird, wo wir hinkommen können, wenn wir viele Jahre lang jeden Tag brav sind und sitzen. Sondern es ist wichtig, dass wir einen Zugang zu dieser Fähigkeit in uns bekommen, ein Vertrauen, dass wir dazu in der Lage sind, und zwar jetzt. Und dann können wir ebenfalls in dieser formellen Sitzhaltung, in einer formellen Meditationshaltung ein bisschen untersuchen, welche Bedingungen haben da mitgespielt. diese Erfahrung zu machen oder diese Präsenz zu erleben, diese lebendige Präsenz, dieses wache Entstandsein im Tun. Und es kann gut sein, dass uns jetzt im Tun bestimmte Tätigkeiten einfallen. Gärtnern fällt mir da am leichtesten. Oder spazieren gehen oder etwas handwerken. Viele erfahren das beim was weiß ich, irgendetwas reparieren oder einen Schrank herrichten oder etwas anstreichen in aller Ruhe und Zeit, also mit Ruhe und Raum. Und es ist sehr wichtig, dass wir da nicht vorschnell hohe Ansprüche, das müsste ich dann in jeder Situation können, wenn ich das da kann, dann muss ich das übertragen können. Wir sollten ja ganz realistisch sein. Mein Lehrer hat immer gesagt, meditiert über das, was euch interessiert, über das, was euch aufs Kissen bringt. Macht das, was euch wach und lebendig macht. Und selbst relativ traditionelle Lehrer und Lehrerinnen, die sozusagen nur ihre Tradition lehren, habe ich in den letzten Jahren vermehrt sagen hören, es ist eigentlich völlig wurscht, egal, mit welcher Methode sie Konzentration entwickeln. Die Methode ist der Schlüssel. Es geht darum, dass sie Zugang finden zu einer Methode, die sie in diese Präsenz hineinbringt. Und wenn das für die einen ist, Wolken sich vorzustellen oder Ozean oder ein Mantra zu rezitieren oder das habe ich sogar vor einer Theravada Lehrerin, einer Lehrerin der südlichen Tradition, die als sehr traditionell bekannt ist, gehört. Und wenn ihr Mantras rezitieren wollt, dann rezitiert halt Mantras und wenn ihr euch eine Gottheit vorstellt, stellt euch eine Gottheit vor und wenn ihr den Atem nimmt, nehmt den Atem und und wenn ihr es beim Gehen erlebt, dann erlebt ihr es halt beim Gehen. Es ist letztlich egal. Wichtig ist, ihr habt einen Zugang zu etwas, es macht euch Freude, es weckt euer Interesse. Dann könnt ihr die erste Vertiefung, Pitti, Interesse, Freude, körperliche, körperlich bedingte Freude erfahren. Und das ist etwas, was alle Menschen, die ich bislang in meinem Leben kennengelernt habe, alle, alle kennen. Momenthaft. Es wird auch in den Schriften beschrieben, diese erste Vertiefung tritt spontan auf. Alle Menschen kennen sie. Ich habe noch niemand getroffen, ich frage alle Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer immer, kennt ihr das? Und alle. Ich habe noch nie jemand gehört, der gesagt hat, ne, oder die gesagt hätte, ne, kenne ich nicht. Alle haben Sternstunden erlebt, alle haben diese momenthafte Präsenz erlebt. Im Tun und in der Stille. Und intelligente Praxis besteht jetzt darin, die Bedingungen kennenzulernen, unter denen diese momenthafte Präsenz möglich wurde. Und die Bedingungen zu suchen und zu schaffen, ist ein sehr aktives Element drin. dass wir das wieder erleben. Und das bringt die Verbindung wieder zum freudigen Tun. In der tantrischen Tradition des Buddhismus hat man das sozusagen kodifiziert, hat man da ein Slogan draus gemacht, Freude als Weg. Du gehst dem nach, was Freude bringt, allerdings stufenweise. Du fängst nicht an bei der Freude, die, wo du das Bewusstsein sozusagen verlierst, wo du völlig außer Rand und Band gerätst, wo du völlig die Klarheit verlierst, weil du so identifiziert bist, weil du so aufgeregt wirst, sondern du fängst mit den kleinen Freuden an und versuchst, achtsam dabei zu sein, achtsam eine Tasse Tee trinken. Mit aller Aufmerksamkeit und Liebe eine Tasse Tee trinken. Gar nicht so einfach. Es ist viel schöner, dabei Zeitung zu lesen oder wenigstens die Nachrichten zu hören oder wenigstens eine schöne Musik noch dazu. Oder sich nett zu unterhalten oder über was nachzudenken, schöne Gedanken zu haben. Ist auch in Ordnung, aber wir merken dann, dass wir schöne Gedanken denken und nicht Tee trinken, obwohl wir Tee trinken. Aber die Empfehlung ist, fangt damit an, was euch sowieso Freude macht. Denn da sind alle am engagiertesten. Auch beim Tun. Also die Empfehlung, um freudiges Tun, um Präsenz im Tun, freudige Begeisterung zu entwickeln, wäre, schauen Sie in Ihrem Leben, welches Tun macht Sie wach. bei welchem Tun sind Sie entspannt, bei welchem Tun haben Sie eine wache Freude und bauen Sie das häufiger ein in Ihr Leben. Und zwar so, dass es Freude macht. Es ist eine große Hilfe, auf unserem Weg, alles mechanisch zu machen, auf unserem unglaublich effektiven Weg, alles zu instrumentalisieren. Selbst, na gut, jetzt muss ich noch meditieren, damit ich etwas klarer werde später. Also meditiere ich, naja, ich habe keine Lust jetzt zu meditieren, aber gut, ich sehe es ja ein. Also, wir machen alles kaputt mit so einer Haltung. Und wir schaffen das auch gut. Da sind wir sehr talentiert darin, alles, was gut tut, zu instrumentalisieren. In unserer Tradition gibt es viele Geschichten, dass man alles zu einem Werk des Teufels machen kann. Alles. Aber man kann auch alles zu einer Tätigkeit werden lassen, die uns Freude bereitet. Es gibt also, und das ist vielleicht eine gute Nachricht, aber auch vielleicht auch eine schlechte Nachricht. Also kurz nehme ich erstmal die gute Nachricht. Also es gibt sozusagen eine gute Nachricht. Sie sind sozusagen frei, in ihren Möglichkeiten auszusuchen, was ihnen Spaß macht. Das ist die gute Nachricht möglicherweise. Die schlechte Nachricht ist aber, die Verantwortung liegt bei Ihnen. Es gibt leider keinen religiösen Weg, der Weg, der Ihnen sagen kann. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, oder was auch immer. Das machen natürlich alle Traditionen. Wenn sie lebendig sind, weisen sie darauf hin, dass das nur das Äußere ist. Dass es darum geht, das mit innerer Haltung zu erfüllen. Wenn die Wege nicht mehr lebendig sind, dann ist nur noch die Liste übrig geblieben. und der Glaube, dass das mechanische Abklappern der Liste etwas bringt. Es ist aber auch normal, dass wir so handeln. Dass wir versuchen, Wartschläge mechanisch umzusetzen. Das ist einfach unsere weltliche Haltung. Die Haltung, die sich abtrennen von der Realität. Hier bin ich und da ist die Welt. Und jetzt wirke ich mit einem Verb auf die Welt ein. Subjekt, Prädikat, Objekt. Solange wir so an Praxis herangehen, solange wir so ans Leben herangehen, solange wir so an Arbeit herangehen, werden wir kein Glück erfahren. Nicht mal angenehme Sinneserfahrungen haben. Was die einfachste Art von Glück ist, die wir erleben können. Aber diese Haltung können wir nur überwinden, auflösen, wenn wir sie merken. Deswegen heißt es offensichtlich, wir lernen nur aus dem Leiden. Tja, man muss das merken. Man merkt, es tut weh. Dieses Arbeiten aus innerem Druck tut weh. Und wir wissen das alle, also ich denke, alle hier sind alt genug, um viele Erfahrungen gemacht zu haben, dass wir arbeiten, um Anerkennung zu bekommen, um Geld zu bekommen, um Zuwendung zu bekommen, um innere Ansprüche zu befriedigen, um irgendwelche Idealen zu entsprechen, um Lob zu bekommen. Das haben wir alle probiert. Und ich denke, wir probieren es täglich neu. Und wir merken aber auch alle, das sind wir auch alt genug dazu, dass das nicht nährt. Das gibt keine Kraft, das macht nicht lebendig. Aber wir wissen auch alle, wie eine Tätigkeit, die wir mit Freude machen, die wir lebendig machen, wo wir dabei sind, die die nährt, die die frisch macht, die die lebendig macht. Und im Prinzip ist das der spirituelle Weg. Freude als Weg, Praxis, stille Praxis, Praxis in Bewegung, die uns dabei unterstützt, wach und gleichzeitig ohne Angst entspannt zu sein. Ja, das hört sich so leicht an. ist auch vernünftig. Eine vernünftige Erklärung macht Sinn. Die Frage ist, wie kommen wir dahin? Und da gibt es auch eine gute buddhistische Empfehlung. Wir müssen es einfach machen. Tun! Es hilft nichts, wenn wir jeden Tag darüber nachdenken. Ja, eine Phase der Stille, der wachen Präsenz, wäre wirklich gut. Achtsames Tun, das leuchtet mir total ein, das ist wirklich wunderbar, das ist wirklich sinnvoll. Das reicht nicht. Um es lebendig werden zu lassen, um es zu einer Wirklichkeit werden zu lassen, damit es wirkt in unserem Leben müssen wir es einfach tun, machen. Jeden Tag einen Raum schaffen in unserem Leben, wo wir wach und entspannt sind. Sei es in der Stimme, sei es im Tun. Natürlich, wenn wir diese Phasen in unserem Leben einrichten, werden wir auch immer wieder erfahren, dass wir innerlich völlig rastlos sind. dass wir jetzt auch gerne meditieren wollen, um diese Rastlosigkeit nicht zu spüren. Das ist auch die große Enttäuschung, die viele gute Meditierende erleben, wenn sie eine Konzentration entwickelt haben, dass dummerweise die Konzentration immer nur begrenzte Zeit wirkt und diese Unruhe immer nur weg ist, wenn wir einigermaßen meditieren können. Während wir uns konzentrieren, dann ist okay. Dann ist die Unruhe für eine Weile stiller, weniger aufdringlich, nicht so stark da, vielleicht sogar ganz weg, wenn wir tiefen Frieden erfahren, tiefe Ruhe. Aber die Minute, wo wir aufhören zu meditieren, wieder die Augen öffnen für die Welt der Sinne, fängt es schon wieder an. Zwar nicht so stark und durch jede konzentrative Meditation wird etwas in uns geläutert, heißt es, wird etwas in uns geklärt, wird etwas entspannt, wird etwas deutlicher, werden wir lockerer, werden wir weniger aufgeregt, aber trotzdem es kommt wieder zurück. Und es ist gut, wenn wir das erwarten, es ist gut, wenn wir akzeptieren und wenn wir einen sehr langen Atem haben. Ich denke, Meditation fängt dann an, wirklich Spaß zu machen, wo wir nicht mehr denken. Jetzt meditiere ich schon vier Jahre und ich bin immer noch nicht entspannt, wenn ich arbeite. Meditation fängt an, wirklich zu einem Teil unseres Lebens zu werden, wenn wir ganz tief begriffen haben, es hilft, ich merke das jeden Tag und ich mache das jetzt und Zeit und Raum ja, die sind zwar da auf einer bestimmten Ebene und ich habe mich auch danach zu richten, ich fange dann und dann an zu arbeiten und gehe dann und dann nach Hause und mein Körper erlaubt mir eben nicht länger als eine Stunde meinetwegen zu sitzen oder eine halbe, okay, ich berücksichtige das, wir haben Raum und wir müssen Zeit und Raum berücksichtigen und die Bedingungen des Körpers, aber Zeit spielt letztlich keine Rolle auf dem Irre der Weg oder solange die Zeit eine Rolle spielt, könnte man fast sagen, sind wir vielleicht auf dem Weg aber noch nicht im Weg und wenn wir im Weg sind, dann haben wir Erfahrungen gemacht, dass da etwas in uns wacher wird, entspannter wird, lebendiger wird, was nur weiter Früchte trägt, wenn wir es machen. Jetzt eine große Hilfe auf diesem Weg ist das Erkennen, das Durchschauen unserer Vorstellung und da gibt es so eine Vorstellung, die über immer noch ist wieder was da ausgeräumt. Alle die im Haus haben, das ist nie fertig. Es gibt immer Ecken, die sind nicht aufgeräumt, die sind nicht ordentlich, die müssen renoviert werden und wenn das Dach fertig gedeckt ist, dann ist wieder unten im Keller was und dann ist was mit den Wasserleitern und was mit der Garage und mit dem Garten und so weiter. Und so ist es, wer ein Zentrum führt, es ist im Betrieb so, es ist in der Küche so, es ist im Haushalt so, es ist im Arbeitsbereich so und da hat mir ein tibetischer Lama bei einer öffentlichen Veranstaltung als 20 Leute rumliefen und versuchten Mikrofone aufzustellen und alles zu arrangieren hat er sich so an mich angelehnt und so angestimmt hat, die glauben alle, Samsara wird fertig. Ha, 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 ha. Samsara wird nie fertig. Samsara ist unsere Welt, wo wir ständig in Problemen kreisen, die Tretmühle des Alltags nennen die Inder, die indische Tradition Samsara Kreislauf. Das wird nie fertig. Fertig sein ist ein Konzept des Verstandes. Fertig sein ist ein intellektuelles Konstrukt, werden wir heute modern sagen. Das muss dekonstruiert werden. Das ist hier, im Kopf ist fertig. Welt ist nie fertig. Oder sie ist natürlich immer fertig. Sie ist einfach so, wie sie ist in ihrer Unfertigkeit. Aber ich habe Ideale, ich habe Vorstellungen, wie ein fertiges Zentrum aussehen soll. Wie ein perfektes Fest aussehen soll. Wie perfekte Kinder aussehen sollen, wie perfekte Partner, Partnerinnen aussehen, wie perfekte Arbeit und so weiter und so weiter. Wie ein perfekter Vortrag sein soll, wie ein perfekter Kurs sein soll. Wir haben alle Vorstellungen und setzen uns ständig unter Druck, dem Ideal zu entsprechen und denken immer, das Unfertige sei draußen. Deswegen setzen wir uns unter Druck ständig, und die Deutschen sind ja besonders gut, ständig noch ein bisschen die Schraube anziehen, damit es fertig wird. Dann ist Arbeit Stress. Aber hoch 10. Und Arbeit wird weniger Stress. Wenn wir zum einen begreifen, dass wir in erster Linie aus innerer Unruhe arbeiten und nicht weil es objektiv notwendig ist, das ist die sekundäre Rationalisierung der ganzen Geschichte. Und wenn wir begreifen, dass Samsara nie fertig wird. Es wird nie fertig. Also ich habe acht Jahre lang ein buddhistisches Zentrum geleitet und ich bin eine Person, die gerne denkt und sich tausend Projekte ausdenkt. Dann hatte ich immer Zeit lang ganz tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gesagt haben, wunderbar, ich mache das und ich mache das und ich mache das, damit du nicht so viel arbeiten musst. Aber komischerweise, ich habe acht Jahre lang immer genau gleich viel zu arbeiten gehabt. Weil sobald die eine Arbeit weg war, hatte ich die nächste Idee und die nächste Idee. Und da könnte man das noch übersetzen und das könnte man so machen und da könnte man was umbauen und da könnte man und könnte man und so weiter. Irgendwann mit der Zeit ist mir dieses System, dieses Muster aufgegangen. Und ich betrachte es als großen Fortschritt in meiner Praxis, dass ich jedes Jahr etwas weniger arbeite. aber ich erwische mich natürlich dauernd, dass ich denke, und wenn ich das noch mache, dann ist es fertig. Aber hin und wieder merke ich, dass das Fertig hier drin sitzt und nicht in der Außenwelt erreicht werden kann. Ich kann entscheiden, der Artikel ist jetzt fertig. Er ist nicht perfekt. Er ist das Beste, was ich zu den derzeitigen Bedingungen zustande kriege. in Ordnung, loslassen, weg, es ist natürlich leichter, das zu erkennen, wenn wir unsere Arbeit selbst einteilen, aber so viel leichter auch nicht. Es ist etwas schwerer zu erkennen, wenn wir uns in eine Situation hineinbegeben, wo andere Menschen uns Arbeitsvorgaben machen, wo äußere Bedingungen da sind, wie Kinder, Ehepartner, Ehepartnerinnen, Eltern, vielleicht jemanden, den man pflegen muss, oder eine Arbeit, oder eine ehrenamtliche Tätigkeit, die uns fordert. Eine Frage, die da hilfreich ist, warum habe ich mir das so zusammengestellt? Warum habe ich und so weiter. Was sind die Motive, die mich dazu bringen, diese 25 verschiedenen Tätigkeiten in einer Woche tun zu wollen? Es ist nicht so einfach. Aber die buddhistische Tradition ist da sehr klar. Sie sagt, wenn wir mit unseren Vorstellungen, die wir ja alle haben, über uns, über eine Situation, über ein Arbeitsprojekt, über eine andere Person, wenn wir mit diesen Vorstellungen Konflikte mit der Wirklichkeit haben, wenn also unsere Vorstellungen sein soll und die Wirklichkeit, so wie sie einfach ist, zusammenstoßen, dann gibt es zwei Möglichkeiten, sagt die buddhistische Tradition. Entweder wir erleben Enttäuschungen oder wir erleben Enttäuschungen. Also entweder zeigt uns der Zusammenstoß mit der Realität, dass wir uns getäuscht haben mit unseren Vorstellungen. Das sind nämlich eigentlich die Wurzel von Enttäuschungen. Wir haben eine Vorstellung und mit der laufen wir umher. Vorstellung über uns, über andere, über Arbeitsprojekte, über Effektivität und so weiter, über die Perfektheit der Umstände, über die Tatsache, was kein Hindernis in die Wege kommen darf, wenn ich dieses Projekt bis zu dem Zeitpunkt fertig haben will. Und dann ist die Wirklichkeit wie sie ist. Da haben Menschen schnupfen und Computer stürzen ab und die Straßenbahn arbeitet nicht und die ÖTV streikt und man kommt nicht zur Arbeit und so weiter. Strom fällt aus und das Telefon funktioniert nicht und so weiter. Kinder werden krank und ich habe einen schlechten Tag, ich kann mich nicht konzentrieren und so weiter. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie ich sagte. Entweder wir erleben Enttäuschung, wunderbar, die Wirklichkeit zeigt mir meine Enttäuschung, die Wirklichkeit zeigt mir, ich bin auf dem Holzweg mit meinen Arbeitshypothesen, wunderbar, kann ich sie korrigieren, nach unten vermutlich. oder ich bin enttäuscht und dann ziehe ich die Schraube an und halte so richtig fest, aber das soll jetzt klappen und der Computer soll jetzt nicht abstürzen und warum streikt diese blöde ÖTV, wenn ich doch dieses Seminar habe, morgens um neun und so weiter. Was wir machen, ist normalerweise diese Variante. Wir ziehen die Schrauben an, wir halten so richtig fest an unseren Täuschungen und dann sind wir noch enttäuschter. Und dann kommt das in Gang, was die Tradition den Schleier der aufgeregten Emotionen nennt. Dann spulen wir uns nämlich auf, wir versuchen irgendwoher Energie zu kriegen, um diese Täuschungen aufrecht zu erhalten. Wir ärgern uns, wir sind wütend, wir werden depressiv und traurig und niederbeschlagen und eifersüchtig und fangen an zu essen und was weiß ich was zu rauchen und zu trinken und so weiter. Ein Schlüssel für ein anderes Verhalten ist ein Verständnis dieses Prozesses. Täuschungen führen zu enttäuschen. Ganz normal. Das ist Realität. Das ist die Wirklichkeit. Das ist gar nichts esoterisch kompliziertes. Was ist die Wirklichkeit? Täuschungen führen zu Enttäuschungen. Das ist zum Beispiel eine Wirklichkeit. Oder ein Aspekt von Wirklichkeit. Und Täuschungen über unsere Arbeits Fähigkeit, Täuschungen über das, was wir tun können in einer Woche, führen zu Enttäuschungen. Täuschungen über das, was andere tun können. Das müsste man noch in drei Tagen schaffen, diese Renovierung. Also wirklich, das ist doch lächerlich, wenn ich das tun würde. Zweieinhalb Tage, na gut, ein halber Tag mehr, aber Täuschungen führen zu Enttäuschungen. Von daher rät die buddhistische Tradition, wer schlau ist, weiß, ich habe lediglich Arbeitshypothesen. Ich arbeite mit Arbeitshypothesen über mich, über dich, über meine Arbeit, über die Situation, über mein Zentrum, über alles. Das sind alles nur Arbeitshypothesen. Und das ist eigentlich damit gemeint, wenn Sie sagen, das sind alles bloß Gedanken. Natürlich sind es Gedanken, aber die sind doch wichtig. Natürlich sind sie wichtig, vor allen Dingen, wenn wir ihnen sie nicht merken und denken, das ist doch so. Du bist doch doof und du bist unfähig oder ich bin doof und ich bin unfähig. Wenn wir das glauben, natürlich sind sie dann sehr wichtig, vor allen Dingen sehr wirkungsvoll. Von daher ist eine ganz große Hilfe auf dem Weg zum wachen, entspannten, angstfreien Dasein. dass wir unsere Arbeitshypothesen merken, dass wir ständig Arbeitshypothesen aufstellen, nicht mehr und nicht weniger. Das ist eine wunderbare menschliche Eigenschaft, dass wir Arbeitshypothesen aufstellen können. Es ist wunderbar, es ist eine fast göttliche Qualität, dass wir Pläne machen können. Das ist wunderbar. Wir können durchzählen hier und feststellen, wie viele Personen da sind und dann kochen. Diese Abstraktionsleistung ist sehr nützlich. Wir müssen nicht jede einzelne Person uns merken, sondern wir können zählen und dann Essen kaufen und kochen. Wunderbar. Was wir erkennen müssen, ist, dass diese Fähigkeit Pläne zu machen einfach eine Fähigkeit ist, Pläne zu machen. Und keine Fähigkeit Realität voraus zu sein. Und dass Arbeitshypothesen dadurch nicht realistischer werden, dass wir an ihnen festhalten, was unsere Hauptmethode ist, unsere Arbeitshypothesen zu zementieren. Dass wir einfach ich sollte das aber jetzt schaffen. Ich müsste das eigentlich schaffen. Wenn ich mich bloß etwas zusammennehmen würde, dann würde ich das nämlich schaffen. Deutsche reagieren häufig so. Aber vielleicht haben wir auch andere Mechanismen. Es ist egal, in welche Richtung das geht. Ob das in Richtung geht, ich müsste das alles können, oder in die Richtung, dazu bin ich sowieso nicht in der Lage. Es ist beides eine Arbeitshypothese, die vermutlich falsch ist, und ob sie falsch oder richtig ist, zeigt sich an der nächsten Enttäuschung. Von daher sind Enttäuschungen etwas unglaublich Hilfreiches auf dem spirituellen Weg. Enttäuschungen mit der Arbeit, Enttäuschungen mit Menschen, weil sie uns auf Täuschung hinweisen. Also meine Empfehlung an sie, wenn sie das nächste Mal enttäuscht sind, versuchen sie die Täuschung hinter der Enttäuschung zu entdecken. Und sie erkennen, dass sie da mal wieder eine Arbeitshypothese aufgestellt haben, die nicht stimmig ist. Sonst wären sie nicht enttäuscht. Und dann könnten sie mal, ich meine einfach spaßeshalber, also der Experimentierfreude halber, mal was anderes probieren, als das, was sie normalerweise tun. Normalerweise halten sie fest an ihren Vorstellungen. Das muss so sein, das müsste ich eigentlich machen. Oder du müsstest das machen. Statt das zu tun, können sie mal versuchen, das werden wir heute Abend bei einer Übung und morgen und Tag versuchen. Können sie mal versuchen, das Konzept zu ändern, die Arbeitshypothese zu ändern. Und einfach mal gucken, nur experimentieren, was dann rauskommt. die Tradition sagt natürlich auch, es ist nicht so einfach, Konzepte loszulassen, solange wir nicht viel Vertrauen in uns haben. Und ich werde ganz kurz noch eine Beschreibung der Tradition vorstellen, eine Beschreibung der Persönlichkeit, ganz kurz ist, solange wir kein Zutrauen haben, zu unserer Fähigkeit, mit jeder Situation umgehen zu können, nicht so einfach, zutrauen zu unserer Fähigkeit, mit jeder Situation, sei sie noch so kompliziert und schrecklich umgehen zu können, das Beste daraus machen zu können, solange wir dieses Vertrauen nicht haben, das wäre eine moderne Formulierung von Buddha-Natur, solange wir dieses Vertrauen nicht haben, sind wir darauf angewiesen, uns große Bilder von uns zu machen, und den anderen, als Orientierung. Wir müssen ja irgendwas haben zum Festhalten. Das Erste, das Nicht Erkennen unserer Fähigkeit, mit allem umzugehen, nennt die Tradition Schleier vor der Buddha-Natur. Das klingt so, aber gemeint ist diese, dieses fehlende Vertrauen, das in mir eine Kraft ist, eine Weisheit ist, eine Intuition ist, mit allen Situationen umzugehen, wenn ich ihr Gelegenheit dazu gebe. Wenn das Vertrauen nicht da ist, dann halten wir fest an diesem Arbeitshypothesen, an diesen Vorstellungen über die Welt. Und das nennt die Tradition Schleier der Dualität, Schleier der Bilder, Schleier der Vorstellungen. Logisch, klar, wenn ich kein Vertrauen habe, dann mache ich mir Arbeitshypothesen, wie du bist und wie ich bin und wie alles sein soll. Und je weniger Vertrauen ich habe, desto mehr halte ich fest. Dann passiert der dritte Schleier von alleine, weil Enttäuschungen geschehen, wenn ich mit meinen Vorstellungen nicht klarkomme mit der Welt, dann bin ich enttäuscht. Dann kommt der Schleier der aufgewühlten Emotionen. Dann gerate ich außer mir und reg mich auf. Depressiv, aggressiv, introvertiert, extrovertiert, wie auch immer mein Stil ist. Tja, da ich dann immer noch nicht sicher bin, immer noch nicht genug Boden unter den Füßen habe, mache ich es einfach immer wieder. Das nennt die Tradition Schleier des Karma. Und wiederholen es, 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 bis du es gelangst, ich habe einen Charakter. Das ist eben so. Ich bin eben so. Tja, und es gibt ja genügend Wissenschaften und Pseudowissenschaften, die uns daran unterstützen. Jawohl, so ist man. Ja, das ist mein Charakter, das sieht man doch in der äußeren Form schon. Das ist typisch und Leptosom und melancholisch und was weiß ich. Da ist überall ein Kern von Wahrheit drin. Also das ist typisch Stier-Ascendent, das ist typisch Krebs-Ascendent und so weiter. Da ist überall ein Kern Wahrheit drin. Aber wenn wir es so verstehen, da so bin ich eben, kann man nichts machen. Dann wird es wirklich dramatisch. Dann unterstützt es die natürliche Neigung, die wir alle haben, oder die eingeschliffene Neigung festzuhalten. Das kann ich nicht. Das kann ich nie. Ich kann nur das. Ja, der Weg einer spirituellen Tradition, der spirituelle Weg, steht darin, mit diesen vier Ebenen zu arbeiten, unsere Gewohnheiten zu erkennen, unsere emotionalen Reaktionen, unsere Vorstellungen und Zugang zur Buddha-Natur zu finden. Und ich habe vorhin eine einfache Methode genannt, wie wir das können, jetzt auf unserer Ebene, wo wir eben gerade sind, indem wir Momente wertschätzen, erinnern und wertschätzen, wo wir lebendig sind, in der Ruhe oder in der Bewegung. Und Bedingungen suchen und schaffen, dass wir solche Erfahrungen häufiger machen. Das ist eigentlich ein ganz zentraler Sinn von täglicher Praxis, dass wir Raum schaffen, wach und klar zu sein und nicht irgendeine Methode mechanisch anwenden, um dadurch irgendwann dort anzugelangen. Ich meine, da wir halt so mechanisch sind, da wir viele Gewohnheiten haben, ist es immer eine Herausforderung. Immer wieder eine Herausforderung, aber die Sternstunden im Leben, die geben uns Hinweise, die geben uns Kraft, die nähren unser intuitives Verständnis, wo es lang geht. Und das ist eigentlich die beste Hilfe auf dem spirituellen Weg, immer wieder Situationen zu erleben, zu suchen, zu schaffen, zu erleben, wo wir im Tun lebendig sind, Freude empfinden beim Tun und in der Ruhe wach und ohne Angst sind. Und alles, was uns dabei unterstützt, ist gut. Ich habe meinen Lehrer mal gefragt, was den bedeuten würde, vom Weg abzuweichen, ob wenn ich jetzt immer nur C.G. Jung lese oder mich mit westlicher Philosophie beschäftige, ob das ein Abweichen vom Pfad des Weges, vom Pfad des Dharma wäre. Da habe ich angeguckt und gesagt, es gibt zwei Dinge. Erleuchtung ist möglich. Eins. Zweitens ist es für alle möglich. Es gibt nicht ein paar, die ausgeschlossen sind, die doofen oder so. Und alles, was dich in diesem Vertrauen unterstützt, ist Dharma. Das ist spiritueller Weg. Das ist gut, hilfreich. Es ist möglich, lebendig zu sein, wach zu sein, entspannt zu sein, ohne Angst zu sein, in der Stille und im Tun. Und es ist für alle möglich, für alle, die hier sitzen. Jede einzelne Person. das ist der Weg, das zu kapieren und das dann zu leben. Im Tun, im Lichtturm. Ich würde vorschlagen, dass wir dann eine Pause machen. machen. Das ist das ist das ist das